Ich vermute, dem einen oder anderen wird Angst und Bange mit Blick auf den Chart aktuell, denn der DAX, ihr habt es heute gesehen, ist schon ordentlich wieder auf dem Weg nach unten und die Bewegungsrichtung ist gar nicht mal das Entscheidende, sondern die Stärke. Wenn wir uns das mal hier im Tagesschart angucken, ich wechsle da mal oben hier auf die Kerzenformation, dann sieht man das immer ein bisschen deutlicher. Oh Gott, oh Gott, das ist schon ganz schön eindrucksvoll, was wir hier sehen. Wenn ihr euch mal anguckt, wie lang oder kurz die vorherigen roten Kerzen seit dem Herbst waren, dann hat man irgendwie den Eindruck, uiuiui, das sieht gar nicht gut aus. Na gut, also Abwärtsbewegung ist angesagt. Im Großen, wir haben immer wieder angedeutet, eigentlich müsste er da noch mal reinfallen. Und es sieht so aus, als ob der Markt im Moment zumindest mal die Lust auf der Long-Seite verloren hat. Wie nachhaltig ist das? Tatsächlich können wir im kürzeren Bild eine wenig Chance zumindest mal ausmachen, dass der Kurs so langsam aber sicher mal auf ein Halten kommt. Warum? Punkt 1 ist, wir haben hier Zwischenhochs und ich weiß, dass einige Marktteilnehmer sagen, oh, guck mal an den Stellen, da dreht der Markt, da höre ich mal auf zu shorten. Oder nehmen für etwaige Shorts schon mal Gewinne mit. Das mag durchaus ein Argument sein. Also in etwa in dieser Zone, die werde ich gleich noch mal benennen, gibt es Unterstützungschancen. Außerdem, der letzte Anstieg, den wir hier hatten, den brauchen wir nicht, den letzten Anstieg, den wir hier hatten, vom T4, was war das, kurz vor Weihnachten, bis zum Hoch. Fionacci-Freunde würden wahrscheinlich so zeichnen, Elliot-Freunde vielleicht sogar so. Und ich mache es mal in diesem Fall so. Es macht von den Marken her keinen großen Unterschied. Ich sage euch aber auch gleich, warum. Die sagen ja, naja, wenn das alles ein bullisches Bild ist, dann ist der Kurs ja sowieso hier ganz gut aufgehoben. Also wir sehen schon, wir haben hier, da wo der Kurs jetzt ist, tatsächlich eine ganz gute Chance, dass der Kurs jetzt sagt, naja gut, wollen wir nicht mal wieder ins Drehen kommen. Die Chance zumindest mal sehe ich allemal. Jetzt, warum habe ich das hier drauf gemalt? Das ist natürlich für die Profis ganz interessant. Wir hatten hier einen relativ fünffälligen Anstieg, das passt. Und durchaus die Chance, dass das, was wir hier haben, nichts anderes ist als eine Seitwärtskorrektur. Und das ist der Hoffnungsträger für den heutigen Tag, dass das die Seitwärtskorrektur ist, die jetzt ja nun mehr oder weniger da angekommen ist, wo sie ganz gerne mal landet. Und damit ist doch fertig, oder? Oder, 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 oder? Sag doch mal schnell, das war es doch jetzt, oder? Tatsächlich besteht die Chance, dass damit diese Korrektur zu Ende ist und dann die eigentliche Trendrichtung sich wieder fortsetzt. Aber vorsichtig, wer jetzt begeistert ist, es wird jetzt entscheidend sein in den nächsten Stunden, ob der Kurs hier eben entsprechend korrektiv nach oben kommt oder ob er impulsiv nach oben kommt. Impulsiv nach oben, Korrekturen nach unten würden tatsächlich dafür sprechen, dass wir nochmal auf neue Hochs hinauslaufen. Allerdings, wenn der Kurs jetzt tatsächlich nur in einer korrektiven Art und Weise, also eben nicht überschneidungsfrei, guck mal, so sieht eine schöne Impulsbewegung aus, sondern eben sehr, sehr korrektiv, so wie hier so in etwa, nur andersrum in dem Fall, hier auf dem Weg nach oben ist, dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig, dann halte ich eine Fortsetzung für nach unten sehr realistisch. Zum jetzigen Zeitpunkt also ist es noch gar nicht gesagt, was im großen Bild passiert. Das wird jetzt entscheidend sein, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren. Viele werfen der Chart-Technik immer vor, die Charts sagen dir also, ob der Kurs steigt oder nicht. Nein, nein, es sind die Marktteilnehmer. Es ist das Verhalten der Marktteilnehmer, das mitbestimmend ist, ob die begeistert sind oder eben nicht. Und Begeisterung und Langeweile oder Angst oder Sorge oder mal gucken, Zweifeln, das kann man im Chart wiedererkennen an den starken und an den vermeintlich schwachen Bewegungen. Und im Moment ist die letzte starke Bewegung nach unten. So, gibt es denn jetzt schon Anstieg auf Hoffnung? Also Hoffnung auf Anstieg meine ich. Anstieg auf Hoffnung ist gut. Ein Anstieg an Hoffnung für eine Hoffnung für einen Anstieg. Das wäre diese Bewegung, die ja ganz klar nach oben ist. Ganz klar, ja gut, hier ist der letzte Punkt. Alles rechts davon ist ein Anstieg. Aber das sieht schon wieder korrektiv aus. Also das, was die Marktteilnehmer heute im Laufe des Tages seit Mittag geleistet haben, sieht für mich nach Korrektur aus. Also etwas tiefer würde ich für die nächsten Stunden nicht wirklich abwegig empfinden. Also ihr seht, dass die Unterstützungstone, ich wollte eben den Markt noch genannt haben, das Tief von aktuell, also ich sage mal ganz grob beim Index jetzt, beim DAX-Index, 14.725, das kann auch noch bis 14.500 in etwa runtergehen. Irgendwie so da in dieser Ecke. Da würde ich sagen, das ist alles noch machbar. Aktuell mit Blick auf das, was die Marktteilnehmer jetzt heute im Laufe des Nachmittags hier fabriziert haben, beziehungsweise was sie hier vorher schon fabriziert haben, sieht das noch immer nicht nach stark aus. So sieht das typischerweise nicht aus, wenn die Leute Lust haben zu kaufen, sondern das ist ein Abwärtsszenario. Also ich gehe eher davon aus, dass jetzt in diesem Moment Longs einfach zu früh sind, also auf diesen kleinen Zeitebenen wohlgemerkt, zu früh sind und man dann dementsprechend noch warten sollte, bis die Abwärtsbewegung sich noch mal ein bisschen fortsetzt oder eben vielleicht sogar aktiv short gehen. Wer das heute Nachmittag will, macht das typischerweise natürlich nicht mehr so sehr mit dem DAX, denn selbst wenn man den DAX Future oder die entsprechenden CFDs natürlich dann auch noch abends handeln kann, es ist der amerikanische Markt, der dann den Einfluss gibt. Der Dow Jones nach wie vor in der Unterstützungszone um die 32.000. Hier ihr seht, dass sie tief ist 31.700, das gehört aber hier noch damit dazu. Und auch hier seht ihr im 5-Minuten-Chart, blickt mal drauf, was würdet ihr sagen ist die starke Bewegungsrichtung und was würdet ihr sagen ist die schwache Bewegungsrichtung? Naja, das ist schon relativ stark und alles rechts davon ist Aufwärtsbewegung und sieht genau so aus. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Also jetzt das als Kauf aufzufassen, nee. Jetzt also shorten, naja, ein Short wäre dann, wenn er jetzt aus meiner Sicht zumindest mal steigende Tiefs, steigende Hochs macht und wenn er dann eines der letzten Tief, also das letzte Tief dann nach unten durchstößt, also so dann hier da durchgeht, dann wäre das ein Short-Idee. Okay, allerdings muss man dazu sagen, wir sind immer noch in diesem Unterstützungsbereich und ich bin mir nicht sicher, das ist ja nicht die erste Korrektur. Wir waren ja hier schon mal in der Gegenrichtung, auch wenn die steil aussah, aber es war halt nur mal eine Gegenrichtung. Das heißt, meine Zielweite ist jetzt nicht automatisch das, was wir hier als dritte Welle hatten, hier hinten nochmal. Das heißt abwärts, ich finde abwärts ist noch besser, aber über die Ziele nach unten, die halte ich im Moment für etwas beschränkter, also nicht so ausgedehnter mehr. Also das ist tatsächlich was für die Feinmotoriker unter euch, die im Intraday-Nachmittags-Chart dann nochmal irgendwelche starken und anschließend Korrekturen, schwachen Korrekturbewegungen dann eben sehen. Für das etwas größere Bild, ich denke, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs hier dreht. Ob er es wirklich tut, das kann ich euch auch nicht vorher sagen. Allerdings, wenn er hier jetzt durchpinscht sozusagen, also da durchgeht, durchsticht, dann ist irgendwann mal auch der letzte Bulle in Gefahr, die Lust zu verlieren, weil er sagt, Mensch, die Korrektur, die Bullenflagge, die lasse ich mir ja noch gefallen. Das wäre ja noch was hier für die Aufwärtsseite, aber das Bild schwindet dann. So, aber das ist eine andere Geschichte im großen Bild, das müssen wir heute nicht angucken. Aktuell, wie gesagt, noch keine Null-Anzeichen für die Long-Seite. Das kann sich ändern. Ihr wisst, wie das aussehen muss. Ich erzähle das ja jedes Mal hier wieder im Video. Insofern will ich euch damit auch nicht langweilen. Auch der S&P 500 ist aktuell in der Aufwärtsrichtung. Guckt euch nochmal an, was wir hier hatten in der Aufwärtsrichtung. Auch im Vier-Stunden-Chart, das ist quasi das hier. Da ging das so, so, so. Wenn ich mir das angucke, das ist dreiwellig. Die letzten Bewegungen stark nach unten und jetzt gucken wir uns das Ding an hier. Das ist jetzt die starke Seite. Naja, ganz abwegig ist es noch nicht. Wollen wir mal was Positives sagen. Wenn er jetzt irgendwie sowas macht, dabei diese Korrekturen, also die müssen wir noch raten, die haben wir hier vielleicht. Wenn diese überlappungsfrei sind, also das Tief hier und das Hoch hier sich nicht überschneiden. Wenn wir dann so eine Bewegung hier tatsächlich bekämen, das wiederum wäre nicht so schlecht. Dann wäre eine Korrektur zumindest vorläufig nochmal für die Long-Seite geeignet. Aber vorsichtig! Der eigentliche Tief- und Wendepunkt war hier und das ist ganz klar dreiwellig. Also dieses Szenario, was ich hier eingezeichnet habe, ist aus meiner Sicht fraglich. Ich würde mir fast schon wünschen, und ihr wisst das, ich meine das nie aus Boswilligkeit, sondern damit ich wieder einen neuen klaren Ansatz habe, dass der Kurs nochmal ein bisschen tiefer geht. Also nochmal die Fortsetzung nach unten macht, gegebenenfalls ein neues Tief macht, das Tief hier bei 3838 in etwa, das war am 13. März hier, nochmal nach unten durchstößt. Und dann könnten wir ja nochmal frisch anfangen, vom tiefsten Punkt, nicht von irgendwie sowas halbfertigen, nachdem es vorher schon mit der Korrektur losgegangen ist. Das ist nicht gut. Warum Korrektur? Es ging doch steil, ja, aber dreiwellig. Dreiwellig ist nie ein gutes Zeichen für eine Haupttrendrichtung. Also insofern, im Moment, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch wenig begeistert. Ich würde mich eigentlich nicht wundern, wenn wir die 3840 oder sogar darunter, dass wir das nochmal nach unten sehen. Das würde durchaus sinnvoll passen. So, dann gucken wir zum Schluss noch den Nasdaq an. Der Nasdaq hat ja zumindest eigentlich im Übergeordneten, könnte man doch sagen, Mensch Rüdiger, was ist hier denn so penibel immer? Das Zwischenhoch hier, das war das vom 6. März. Das ist doch ein guter Longtrigger hier eigentlich. Schub hoch, wackelig runter. Auch hier ist so ein bisschen die Frage nach dem Startpunkt. Wobei für die Begeisterten, das könnte sogar hier noch eine abgeschnittene Abwärtsbewegung sein. Lassen wir das mal außen vor. Ja, diese Marke, das Hoch beim 6. März hier, das könnte durchaus ein Trigger sein für die Longseite. So weit, so schön. Jetzt gucken wir uns mal die Bewegung an, die wir bisher hier haben. Seitdem tief, das ist diese Marke, das ist dieses Tief, was wir hier haben im 4-Stunden-Chart. Oder von mir aus auch hier im 5-Minuten-Chart. Toller Anstieg, Korrektur, toller Anstieg, so weit, so gut. Das hatten wir ja noch besprochen, haben wir gesagt, Mensch, das ist doch klassisch. Rücksetzer, dieses Tief ist niedriger. Wir sind überschneidend und auch hier wieder runter. Also entweder sind wir dreiwellig hoch oder korrektiv wegen der vielen Kursüberschneidung. Also doch noch nicht so bullisch. Tatsächlich, ich bin nicht super bullisch aktuell. Und wenn ich mir das angucke, das gefällt mir super. Der Teil ist Schub nach unten. Das ist klar korrektiv nach oben. Wunschszenario einmal noch höher gehen. Ein bisschen höher als der, damit wir diese steigenden Tiefs, steigenden Hochs haben. Und dann wäre das hier mein Trigger für nochmal die Shortseite. Sprich das hier nochmal für die Abwärtsseite. Allerdings seht ihr, dass das CRV, wenn es bei dieser Mindestbewegung bliebe, nicht so gut ist. Und da kommt dann so ein bisschen die Hoffnung, vorsichtig, wenn wir hier ja landen, durchstoßen wir ja auch diese Tiefs. Das war aber ja korrektiv. Damit müssten wir dann auch realistische Chance haben, hier das Tief nochmal rauszunehmen bei 11.800. Also deshalb Quintessenz. Machen wir es nochmal einmal ganz kurz für die, die nicht so schnell mitfolgen wollten oder konnten. Relativ starke Abwärtsbewegung. Typische oder eher korrektive Aufwärtsbewegung. Wir sehen das an diesen Rücksetzern, die überschneidend sind. Wunsch, nochmal ein klein bisschen höher, nicht zu hoch. Ihr denkt immer dran bitte, wenn es an die Hochmarke geht, die 78er, sollte idealerweise nicht durchstoßen werden. Korrekturen sind gerne hier, die dürfen auch ein bisschen höher. Aber bitte nicht mehr durch die 78er, 6er. Dann lassen die Wahrscheinlichkeiten nach. Das heißt, wenn der Kurs dann diese Abwärtsseite durchstößt, wäre das die Erwartungshaltung, das nochmal. Damit würden wir aber auch vermutlich das durchstoßen. Das weiß ich ja hier schon. Die Projektion kann ich machen, sobald ich das hoch habe. Den Trade aufbauen auf dieses Zwischentief hier. Dann wäre das ja auch, das heißt mein Mindestziel wäre ja eigentlich die 1 zu 1 da. Dann hätten wir aber das getriggert und eigentlich eine Zielerweiterung bis sogar hier. Das mal als Überlegung. Ihr seht, also so richtig glücklich mit der bullischen Seite bin ich noch nicht. Ich will sie nicht gleich verdammen, aber mega ist anders. Also insofern seid ein bisschen vorsichtig mit der Idee noch. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite unterwegs seid. Ich wünsche euch alles Gute und sage liebe Grüße. Ich wünsche euch alles Gute.